Mein Name ist Min Lee. Ich komme aus Südkorea. Als ich vier Jahre alt war, habe ich angefangen Klavier zu spielen und mit 16 habe ich mich entschieden nach Deutschland zu kommen. Ich habe mich sehr angezogen gefühlt. Ich war neugierig, wo Bach, Beethoven, Schumann, Schubert gelebt haben. Und direkt danach konnte ich anfangen zu studieren und das war auch eine sehr schöne Zeit. Ich habe Liebe zur Musikpädagogik entdeckt. Ich habe sehr viel geübt. Ich bin viel gereist. Ich habe viele Leute kennengelernt. Es war eine tolle Zeit. Und habe ich auch noch Klavierschule eröffnet und das ist meine große Leidenschaft. Egal ob Kinder, Erwachsene, Anfänger oder Fortgeschittene, die können schon durch ein paar Töne Gefühle ausdrücken. Und das sollten viele Menschen miterleben. Und diesen Weg würde ich gerne begleiten mit meiner Geduld und Methodik. Und das ist meine Lebensaufgabe. Musik Ich liebe Musik, weil die Musik mich versteht. Ich muss nicht erklären, wie ich mich fühle. Ich liebe Musik, weil die Musik mich versteht. Ich muss nicht erklären, wie ich mich fühle. Das Klavier versteht mich einfach. Musik Ich fühle mich nicht alleine. Ich fühle mich nicht alleine. Wenn ich Klavier spiele, werde ich lebendig. Ich werde glücklich. Die Kompositionen, das sind wie das Leben. Der Weg ist das Ziel. Und das kann man nie erreichen. Und die Unerreichbarkeit gefällt mir einfach. Man übt, man sucht, man findet. Ja, das ist das Leben. Und das gefällt mir einfach. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020